Für mich war es selbstverständlich so, als ich acht war, habe ich beschlossen, ich werde Weltstar. Und weil ich schon immer was Gründliches hatte, hatte ich gesagt, gut, aber das mache ich nur, wenn ich bis zu meinem, ich glaube, also wenn ich, ich hatte gedacht, ich muss es bis 16 sein, sonst mache ich was anderes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017